Der heute evangelische Naumburger Dom Sankt Peter und Paul in Naumburg ist die ehemalige Kathedrale des Bistums Naumburg und stammt größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Er gehört zu den bedeutendsten Bauwerken der Spätromanik in Sachsen-Anhalt und ist eine Station an der Straße der Romanik. Er hat zentrale Bedeutung für das Antragsprojekt der Bundesrepublik Deutschland an die UNESCO zum Weltkulturerbe an Saale und Unstruth und wurde 2015 zusammen mit der Speicherstadt in Hamburg als Vorschlag für einen Eintrag in die UNESCO-Liste eingebracht. Die Aufnahme in das Weltkulturerbe wurde im ersten Anlauf nicht angenommen. Der berühmte Westchor des Domes entstand nach der Mitte des 13. Jahrhunderts und ist mit dem Westletner und den Stifterfiguren aus der Werkstatt des Naumburgermeisters eines der wichtigsten Bauwerke der Frühgottik. Nach der Reformation wurde 1542 mit Nikolaus von Amsdorf zum ersten Mal im Reich ein evangelischer Bischof eingesetzt. Nach dem Tod des letzten Bischofs Julius von Pflug 1564 wurde das Bistum aufgelöst und fiel an Kursachsen. Die Kirche verlor ihre Funktion als Bischofssitz, sie blieb jedoch die Kirche der evangelischen Domgemeinde. Heute wird der Dom von einer Stiftung verwaltet, den Vereinigten Domstiftern von Merseburg-Naumburg und des Kollegiatsstiftes Seitz. Burg Naumburg In der Zeit um 1000 errichtete Ecke Hattie, Markgraf von Meißen und wohl mächtigster Mann an der Ostgrenze des Deutschen Reiches. Auf einer rund 25 Meter hohen Erhebung am rechten Ufer der Saale nahe der Unstrutmündung seinen neuen Stammsitz, der entsprechend Neweburg oder Nuvenburg und später Naumburg genannt wurde. Die günstige Lage an der Kreuzung mehrerer Handelsstraßen war wohl ausschlaggebend für die Wahl dieses Platzes. Seine Söhne Hermann und Ecke Hatt II gründeten kurz darauf im westlichen Teil des Vorburggeländes eine kleine, der HL. Maria geweihte Stiftskirche, die zum Jahr 1021 in der Merseburger Bischofskronik als Präpositora Novita Fundata erwähnt wird. 1028 verlegte König Konrad II. auf Drange der beiden Brüder den Bischofssitzseits nach Naumburg. Die Verlegung wurde von Papst Johannes XIX. im Dezember 1028 genehmigt. Als Grund wird die Unsicherheit des Ortes Seitz genannt. In Seitz blieb ein Kollegiatstift bestehen. Baugeschichte der Kirche St. Peter und Paul Frühromanischer Kirchenbau Bald nach der Genehmigung der Verlegung des Bischofssitzes von Seitz nach Naumburg, wohl im Frühjahr 1029, wurde unmittelbar östlich der Stiftskirche mit dem Bau der ersten frühromanischen Naumburger Kathedrale begonnen. Sie wurde in der Amtszeit des Merseburger Bischofs Hunold, der zwischen 1036 und 1050 regierte, vor dem Jahr 1044 geweiht. Das Patrozinium Peter und Paul wurde von der Zeitzer Kirche übernommen. Bei Ausgrabungen wurden die Fundamente des ersten Domes unter dem heutigen Dom gefunden. Die erste Naumburger Kathedrale war eine dreischiffige, kreuzförmige Basilika, die kleiner als der heutige Dom war. Ihr Chor reichte nicht ganz bis an das Ostende des spätromanischen Chorquadrats. Die Seitenwände endeten westlich in wenig vortretenden quadratischen Türmen, deren Fundamente etwa sieben Meter östlich des frühgotischen Westländners liegen. Zwischen den Türmen befand sich ein kleiner, absidial geschlossener Chor mit einer darunter liegenden Krypta. Die Türme waren durch eine gerade Westwand verbunden, sodass die Chorapsis von außen nicht sichtbar war. Das Hauptportal befand sich sehr wahrscheinlich schon damals in der südlichen Stirnwand des Querhauses. Um 1160, 70. erhielt der frühromanische Dom eine Hallenkrypta. Diese Krypta wurde in den ab etwa 1210 entstehenden Domneubau übernommen. An der Stelle des heutigen Westchores erhob sich ursprünglich die Stiftskirche der Ecke Hatemischen Burg, die Kirche des Kollegiatstiftes St. Marien. Reste ihrer Mauern blieben in den Westschirmen erhalten. Spätromanischer Neubau Unter Bischof Engelhardt wurde um 1210 ein spätromanischer Neubau begonnen. Der Neubau wurde im Langhaus begonnen, wahrscheinlich, weil die Ostteile des Domes im Zusammenhang mit dem Einbau der Krypta kurz zuvor aufwendig umgebaut worden waren. Der Neubau des Langhauses wurde jedoch bald aufgegeben. Stattdessen begann man mit der Errichtung der neuen Ostteile des Domes und führte den Neubau dann schrittweise nach Westen weiter. Der neue, bis heute bestehende Dom ist eine gewölbte Bündelpfeiler-Basilika mit Ostchor, Ostquerschiff und ausgeschiedener Führung sowie einer dreiteiligen Krypta. Die Schlussweihe des Domes erfolgte einer Quelle des 18. Jahrhunderts zufolge am 29. Juni 1242. Bau des frühgotischen Westchores mit Arbeiten des Naumbürgermeisters vermutlich auf Veranlassung des Vertiner Markgrafen Heinrich von Meißen begann. Um 1250 die Errichtung des frühgotischen Westchores, wobei einzelne Autoren einen Baubeginn bereits ab etwa 1245 für denkbar halten. Die These von Ernst Schubert, dass der Westchor eine frühromanische Burgstiftskirche unmittelbar westlich des Domes ersetzte, ist kürzlich von Holger Kunde mit neu erschlossenen Belegen unwahrscheinlich gemacht worden. Das Chorquadrat mit einem sechsteiligen Gewölbe ist im Westen durch ein Fünf-Achtel-Polygon geschlossen. Der Bau war wahrscheinlich um 1260 beendet. Die Westchorwerkstatt errichtete noch das erste freistehende Geschoss des Nordwestturmes des Domes und zog dann weiter nach Meißen. Vom Langhaus des Domes wird der Westchor durch den aufwendig gestalteten Lettner abgegrenzt. Er gehört mit seinen Passionsreliefs und der Kreuzigungsgruppe im Portal zu den Hauptwerken des Naumbürgermeisters, der an den Neubauten der Kathedralen zu Noyon, Reims und Amins mitgearbeitet hatte und danach vielleicht in Metz, sicher aber in Straßburg und in Mainz tätig gewesen war. Der Lettner diente zur Zeit seiner Errichtung der Abgrenzung der Kirchenherren von den übrigen Nutzern. Von großer Kunst- und Frömmigkeitsgeschichtlicher Bedeutung ist die Kreuzigungsgruppe am Portal. Die zur Zeit seiner Errichtung amtierenden Landesherren und Stifter sind in den Arkadenfries eingebunden. Es sind Eckhardt und die in der Kunstgeschichte weltberühmte Uta von Naumburg. Die Stifterfiguren vermitteln durch ihre Haltung und Gestik zwischen den Säulen und dem Innenraum. Der Naumbürgermeister war nicht nur der Architekt des Westchores, sondern wahrscheinlich auch der leitende Bildhauer. Er dürfte die Stifterfiguren aus Grillenbürgersandstein entworfen und an einigen selbst mitgearbeitet haben. Dargestellt sind unter anderem aber ein hervorgehobener Position. Die rund 200 Jahre vor der Errichtung des Westchores verstorbenen Erststifter der Naumburger Domkirche, die Brüder Ecke H. II. und Hermann, Mark Grafen von Meißen und ihre Ehefrauen Uta und Reglindis. Sie waren im Vorgängerbau des heutigen Domes und in der unmittelbar benachbarten frühromanischen Stiftskirche bestattet worden. Der Naumburger Bischof Dietrich II. von Meißen führt 1249 in einem Briefe elf Namen der Gründer der Domkirche aus drei Generationen auf. Hermannus Machio, Reglindis Machionessa, Ecke H. II. Machio Uta Machionessa, Sitzokomis, Konratus Gomes, Wilhelmus Gomes, Gepa Komitessa, Berchter Komitessa, Theodorikus Gomes, Gerbertsch Komitessa. In den Naumburger Morthologien werden noch drei weitere Stifter genannt. Timo von Kiestritz, Köstritz, Graf Dietmar und Gräfin Adelheit. Nach bisher vorherrschender Meinung sind den zwölf Stifterfiguren Hermann und Ecke H. II. der Familie der Ecke H. Diener und alle übrigen der Familie der Wettdiener zugeordnet worden. Auf der Nordseite Dietrich Graf von Brenner, Gepa, Mark Graf Ecke H. II. und Uta. Auf der Südseite Gerburg, Konrad Graf von Landsberg, Mark Graf Hermann und Reglindis im Chorhaupt. Graf Dietmar, Sitzograf von Kiewernburg, Wilhelm Graf von Kamburg und Timo Graf von Kiestritz. Diese einzigartige Darstellung von Laien an einem Platz, der eigentlich heiligen Bildern oder Figuren vorbehalten war, könnte mit der im Hochmittelalter üblichen Stifterverehrung erklärt werden. Die Standbilder im Naumburger Westchor ersetzten nach dieser Theorie Stifter Grabmäler, die im Zuge des spätromanischen Domneubaus aufgegeben werden mussten. So wäre für die Fortführung der Memorialdienste für die Stifter des Domes und der Ecke Hatemischen Stiftskirche gesorgt. Heinz Wiesner schreibt die Entstehung der Stifterfiguren Mark Graf Heinrich zu, die er als künstlerische Demonstration seiner Schutzherrschaft über das Domstift schaffen ließ. Dies würde auch das Vorhandensein der Laienstatuen im Chorinneren einer Bischofskirche erklären. Wolfgang Hartmann ordnet mehrere der dargestellten Personen dem mittelrheinisch-fränkischen Adelsgeschlecht der Regine Bodonen und dessen näherer Verwandtschaft zu, Dietrich von Brenner, Gepaar, Adelheit, Gerburg, Dietmar, Wilhelm von Kamburg und Timo von Kiestritz. Aus der Ausrichtung mehrerer Bildnisse auf die Figur des Grafen Dietmar schließt Wolfgang Hartmann, das im Westchor nicht nur an verdiente Stifterpersönlichkeiten erinnert wird, sondern vorrangig an ein mit dem Schicksal des Grafen Dietmar verknüpftes historisches Ereignis. Bisher wird angenommen, dass es sich bei Dietmar um den 1048 gefallenen sächsischen Grafen aus dem Hause Bildung handelt. Ein möglicher anderer wäre der 1034 ermordete sächsische Pfalzgraf Dietrich aus dem Hause Wettin, der mit der Tochter von Ecke Harti verheiratet war. Hartmann meint hingegen, dass es sich bei dieser Zentralfigur des Stifterzyklus um den Grafen Dietmar von Selbold-Gelnhausen handelt. Dieser Graf sei in der reichspolitisch bedeutenden Schlacht am Welfesholz gefallen. Vor diesem politischen Hintergrund und der Lebensgeschichte des Grafen Dietmar ließe sich die Gestaltung der Stifterfiguren erklären. Für den Initiator und letztlich Hauptverantwortlichen für die Konzeption des Stifterzyklus hält Hartmann den Naumbürger-Domherrn und Magister Petrus, der als Mitglied der Familie derer von Kamburghain ein Nachkomme des Grafen Dietmar gewesen sei. Zwei weitere Bildwerke aus der Werkstatt des Naumbürgermeisters befinden sich im Hochchor das Grabmal Bischof Dietrichs II und das lebensgroße Standbild eines Diakons mit Lesepult. Hochgotische Erweiterung des Ostchores Um 1330 wurde die spätromanische Absis durch ein hochgotisches, querrechteckiges Gorjoch mit sechstehntel Schluss ersetzt. Auf den Strebepfeilern am Chorscheitel und südlich daneben wurden die heute mehrfach restaurierten bzw. erneuten überlebensgroßen Figuren der Patrone des Domes aufgestellt. Von hohem künstlerischen Wert sind die Glasmalereien in den Fenstern, die zum Teil noch aus der Bauzeit des Gores stammen. Sie zeigen die klugen und törichten Jungfrauen, die Tugenden und Propheten, während die Passion Marienszenen, Apostel und Propheten auf ebenfalls sehr qualitätsvollen Scheiben aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts dargestellt sind. Der Ostleckner ist das älteste erhaltende Beispiel eines Hallenleckners. Er wurde im Zuge des spätromanischen Domneubaus um 1230 errichtet. Im mittleren Joch der Lecknerhalle steht ein Alter aus dem 19. Jahrhundert. Seitlich führen steile Treppen durch zwei kleine Pforten zum Chor hinauf. Punkt. Spätgotische Umbauten Die oberen Geschosse des Nordwestturmes wurden im 14. und 15. Jahrhundert errichtet. Vermutlich nach einem Brand 1532 wurden die oberen Teile der Osttürme erneuert und mit spätgotischen Maßwerkformen verziert. Spätere Umbauten und Restaurierungen ein mutwillig gelegter Brand beschädigte 1532 den Dom schwer. Das Feuer zerstörte die Dächer, große Teile der Ausstattung und weite Flächen des Mauerwerks. Die Brandschäden wurden teilweise erst im 19. Jahrhundert endgültig beseitigt. 1711 und 1713 erhielten die Osttürme Barockhauben mit Laternen. Ursprünglich besaßen sie wohl achtseitige Zeltdächer wie die bei der benachbarten Freiburger Stadtkirche. Die reiche Barockausstattung aus den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts wurde durch eine puristische Restaurierung von 1874 bis 1878 wieder beseitigt. Nach 1884 konnte der Südwestturm im Stil der Neogothik vollendet werden. Auch die Turmhemme stammen erst aus dem späten 19. Jahrhundert. Der Glasmaler Otto Linnemann schuf 1935 und 1926 ein weiteres Fenster im Seitenschiff mit Wappendarstellungen. Unterlagen hierzu befinden sich im Linnemann-Archiv. 1936 bis 1940 wurde der Kreuzhof ohne begleitende archäologische Untersuchungen abgesenkt und ein Torgebäude zwischen Dreikönigskapelle und Marienkirche errichtet. Zwischen 1960 und 1968 wurde der Dom vollständig in Stand gesetzt. Dabei wurden umfangreiche Ausgrabungen vorgenommen. Nach 1989 wurden alle Dächer der Kirche und der Dreikönigskapelle neu gedeckt. Kreuzgang mit den Klausurgebäuden Reste der älteren Klausur auf der Nordseite Die älteren Klausurgebäude und der Kreuzgang lagen nördlich der Kirche. Teile des Osttraktes der Klausur des frühromanischen Doms konnten 1961 bis 1965 ausgegraben werden. Die erhaltenen Gewölbe, Schildbögen und Rippenansätze an der Nordwand der Kirche und die Reste einer Kapelle, die in der ehemaligen Domherren-Kuri-Domplatz 3 verbaut ist, stammen von einem spätromanischen Neubau der Klausur, der zu unbekannter Zeit, vermutlich im 18. Jahrhundert abgebrochen worden ist, spätromanischer Kreuzgang auf der Südseite. An der Südseite des Domes befindet sich eine weitere, großen Teil spätromanische Klausur. Da sie im Jahr 1244 nachweislich noch nicht vorhanden war, muss sie in der zweiten Hälfte der 40er Jahre errichtet worden sein. Um 1270 wurde ein Kreuzrippengewölbe eingezogen. Während der Ost- und Nordtrakt weitgehend in der spätromanischen Form erhalten blieb, sind im West- und Südtrakt nur noch Reste davon erhalten. Diese Flügel stammen weitgehend aus der Hoch- und Spätgotik und wurden außerdem im 19. Jahrhundert beträchtlich verändert. Das ursprüngliche Vorhandensein von zwei Klausuren ist bemerkenswert und hängt mit den beiden an der Kirche bestehenden Stiften zusammen. Die nördliche Klausur diente wohl zunächst für die Kapitularen des Domes, dann für die der Marienstiftskirche. Nachdem die südliche für die Geistlichen des Domes erbaut worden war, spätromanische Vorhalle. Am südlichen Querschefarm ist eine zweiochige, spätromanische Vorhalle angebaut. Diese war ursprünglich nicht vorgesehen. Die Brechung der Gewölberippen und der Ostwand sind zumindest teilweise durch das nachträgliche Einfügen in einen vorgegebenen Bauzusammenhang. Bedingt. Drei Königskapelle Die Marienkirche dienende Raum wurde anstelle des Langhauses erst um die vorletzte Jahrhundertwende als Turnhalle errichtet. Im Zuge der Landesausstellung 2011 erhielt die Marienkirche ebenfalls eine Orgel. Elisabethkapelle Die Elisabethkapelle ist ein quadratischer Raum im Erdgeschoss des Nordwestturmes, der der heiligen Elisabeth von Thüringen geweiht ist. Sie ist 2007, anlässlich des 800. Geburtstags Elisabeths, vom Innenraum des Domes wieder zugänglich gemacht worden und dient als Raum der Stille. Sie enthält neben einem Altar eine Elisabeth-Statue von um 1235 und drei Glasfenster, die von dem bekannten Maler Neo Rauch, einem Vertreter der Neuen Leipziger Schule, 2007 gestaltet wurden. Die drei Fenster zeigen idealisierte Szenen aus dem Leben Elisabeths und sind mit Elisabeths Verabschiedung von ihrem Mann vor dem Aufbruch zum Kreuzzug, Kleiderspende an Bedürftige und Pflege von Kranken betitelt, Ausstattung. Von der Ausstattung des Domes blieb nicht viel erhalten, nicht zuletzt aufgrund des Brandes im Jahre 1532, der schwedischen Besetzung und der eingreifenden barocken Umgestaltung des Domes. Die wenigen erhaltenen Ausstattungsstücke werden teils im Dom, teils in dem neu eingerichteten Domschatzgewölbe aufbewahrt. Altäre Der Naumburger Dom besitzt noch mehrere Altäre. Im Hochchor befindet sich der Hauptaltar des Domes. Auf der Mensa ist heute ein Steinretabel aufgestellt, das von dem ehemaligen Altär der heiligen Feilzesiadauxi stammt. Der Kreuzaltar befand sich früher wie üblich im Mittelschiff. Er wurde im 19. Jahrhundert durch den kleinen Altär im mittleren Joch des Lettners ersetzt. Zwei weitere Altäre stehen an den Ostwänden der Querhausarme. Auf dem Altar im Nordquerhaus ist ein Retabel aus der Werkstatt Georg Lembergers aufgestellt. Auf dem im Südquerhaus ein Marienretabel aus der Zeit um 1500. Ein weiterer Altar befindet sich am Westende des südlichen Seitenschiffes. Im Westchor blieb ebenfalls der Hauptaltar erhalten. Ein weiterer Altar steht auf der Bühne des Westletners. Außerdem sind mehrere Altäre in den Kapellen des Domes erhalten. Die meisten Retabel sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Reste der Ausstattung werden heute im Domschatzgewölbe gezeigt. Skulpturen außer den Skulpturen aus der Werkstatt des Naumbürgermeisters befinden sich weitere bedeutende Skulpturen im Dom. Besonders bemerkenswert ist die Statue der Heiligen Elisabeth von Thüringen in der Erdgeschosskapelle des Nordwestturmes aus der Zeit um 1235. Sie gehört zu den ältesten bildlichen Darstellungen der Heiligen. Auf dem Platz vor dem Kircheneingang steht ein Brunnen, der Icciatus II. Gewidmet ist. Gestühle und Lesepulte In der Vierung stehen heute noch Gestühle, die zum Teil noch aus der Bauzeit des spätromanischen Domes stammen. Zu nennen ist außerdem ein Gestühl aus dem Beginnenden 15. Jahrhundert. Außerdem wird im Dom ein Gestühl aus der Zeit um 1260 aufbewahrt, das vielleicht zur ursprünglichen Ausstattung des Westchores gehörte. Inmitten der alten Gestühle stehen drei Lesepulte aus dem 15. Jahrhundert. Zwei Lesepulte sind für jeweils Leser und Bearbeiter durch gegenüberliegend angeordnete Arbeitsplatten ausgelegt. Ein Lesepult ist ein Solo-Arbeitsplatz. Unter den Arbeitsplatten aller Lesepulte wurden zum Teil verschließbare Einrichtungen zur Aufbewahrung von Utensilien eingearbeitet. Grabmäler Im Dom und in der Klausur befinden sich heute noch sehr viele Grabsteine. Die ältesten stammen aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Viele sind mit bildlichen Darstellungen der Verstorbenen versehen, die meisten besitzen noch Inschriften. Ihre Gestaltung erlaubt einen sehr guten Überblick über die Entwicklung der Grabmals-Skulptur seit dem 13. Jahrhundert in Mitteldeutschland. Im Ostchor befindet sich die farblich gestaltete und gut erhaltene Grabplatte des Bischofs Dietrich II. von Meißen. Aus dessen Grablegung ist das aus Elfenbein gefertigte obere Entstück des Bischofsstabes in einem separaten Raum zu besichtigen. Orgel Die Firma Eule erbaute 1983 eine Orgel mit 28 Registern auf zwei Manua-Inn und Pedal. Die Orgel hat folgende Disposition. Domprediger 1696 bis 1711 Polycarp Leiser 1801 bis 1810 Johann Friedrich Krause Roman Zum Naumbürgermeister Rosemarie Schuder Der Ketzer von Naumburg 1955 Filme Mitteldeutscher Rundfunk Die Schöne und der Meister Die Wunder des Naumbürgerdoms Doku DTL 2010 28 MIN DTL N N 열� DTL 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 Vielen Dank.